Der grösste Zürcher Herbstverlass steht wieder vor der Tür. Vom 13. bis 15. September 2014 im Albisküetli. Wenn du zwischen 13 und 17 bist und in Zürich wohnst oder hier in die Schule gehst, dann versuche dein Glück und melde dich sofort für das Knabenschissen an. Zu gewinnen gibt es ganz viele tolle Preise. Und als Schützenkönig bekommst du sogar 5'000 Franken von der Zürcher Kantonalbank. Melde dich jetzt an auf www.knabenschissen.ch Übrigens, auch die ganze Schulklassen können mitmachen. Alle Infos findest du auf unserer Webseite.